Moin Freunde, hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer Trailer-Reaction und ja, es ist jetzt endlich passiert, Lucasfilm bzw. Disney haben sich dazu entschlossen, endlich mal so wirklich mit dem Marketing für die zweite Staffel von The Bad Batch anzufangen, die ja, wenn jetzt hier nicht im Trailer irgendwas anderes revealed wird, eigentlich am 4. Januar starten sollte und das ist jetzt nicht mal mehr ein Monat, deswegen wurde es mal langsam Zeit, nach der Star Wars Celebration mal wieder einen neuen Trailer zu droppen bzw. nachzuliefern, war schon fast ein bisschen überfällig und man dachte schon, oh, wird das schon wieder verschoben, weil die Show sollte ja auch erst Boah, im September, glaube ich, war das starten, ich glaube, irgendwie kurz vor Endor ungefähr und wurde dann kurz vorher einfach, sagen wir mal, klanglos einfach, ja, verschoben, sage ich mal und man hat so ein bisschen Angst, dass es wieder passiert, aber jetzt kommt der Trailer, deswegen denke ich mal, wenn es jetzt nicht hier anders revealed wird, dass es dann wieder so sein wird, dass die Serie am 4., was heißt wieder, dass die Serie am 4. Januar jetzt kommen wird und ja, auch ein ganz guter Zufall, denn eigentlich sollte heute schon ein Video kommen, was in der zweiten Staffel von Endor passieren wird, das hatte ich jetzt als Podcast aufgenommen, das ist jetzt nach zweimal erinnern, ist das Video, das kommt einfach kaputt raus, kann ich nicht hochladen, deswegen habe ich mich jetzt umentschieden, das mache ich als so ein 10 Minuten Skriptvideo, sage ich mal und habe das zu gestern nicht geschafft, also gestern nicht fertig geschafft, deswegen ist es heute nicht gekommen, was ein guter Zufall ist, weil jetzt nehme ich so kein Video quasi das Spotlight weg mit dieser Trailer-Reaction und dann kommt wahrscheinlich morgen halt eben dieses Endor-Video und wenn ich den Podcast doch irgendwie noch hinbekomme, kommt der an wie als nicht gelistetes Video auf dem Zweigkanal oder so, falls es da Leute für interessieren, das lieber in der Form zu hören und ja, ich würde sagen, ich habe alles gesagt und jetzt schauen wir mal, was die zweite Staffel hier noch so zu bieten hat, neben natürlich Commander Cody und die Jedi-Junglinge aus Clone Wars, die aber auch schon im letzten Trailer gesehen haben, waren ja glaube ich auf jeden Fall der Wookie Jedi, nahm euch leider nicht im Kopf und auch der Männliche, der erst diesen Wasserkristall aus der Höhle bei der Versammlung geholt hat und ja, dann würde ich sagen, legen wir los und dieses erste Bild sieht schon mal sehr nach Urlaub aus. Ich meine, es gibt schon so ein bisschen Scarif-Vibes, sage ich mal, aber es wird wahrscheinlich mehr Planeten, die wie idyllische Karibik-Inseln aussehen, geben als Scarif. Naja, dann legen wir mal los. Warte, Sound, Sound, Sound. Meine Kopfhörer sind nicht mehr die am besten funktionierendsten, der Sound ist gerade so schwierig. Okay. Das war schon der letzte Trailer, ne? Ich habe das Paket, nicht wahr? Ich habe das Paket, nicht wahr? Ich habe das Paket, nicht wahr? Wir brauchen eine Pizze, Krebse, Krabben, was auch immer. Geil. Ich habe das Leben. Dafür ist man noch hier. Und Omega ist größer. Also ein, zwei Jahre Time-School sind es aber mindestens bei. So, das ist das Top-Team. Die Röhm-Klone sind auf der Runde des Empire, hm? Hallo, wie süßig. Okay, neue Figur, oder wie? Die Empire ist größer. Oh, das ist da schon mehr nach Sturmtruppen aus. Warte, f***. Wir sind in einem Venator. Und machen dann einen Heist. Okay. 4. Januar. Jawoll. Da ist er, der Goat. Also fast. Uh, Mertandoshana. Ist das wieder Kessel gewesen? Ah, nice, das ist. Da ist er. Geil, da freue ich mich drauf. Yo. Nein, Cody, was machst du? Peace. Senatik. Ah. Bail Organa. Auf die Korosan-Kram. War das gerade Serenno? Und natürlich nervös und mit Rex. Parents. The Bad Batch. Neue Saison, streaming Januar 4. Das ist mit dem Hintergrund hier los. Bei diesem Logo. Der Hintergrund ist ja mal Todes verpixelt. Oder was soll das darstellen? Das sieht irgendwie falsch aus. Hui. Okay, viele Bilder, ich muss sagen. Ich habe nicht so krass auf das Gesagte geachtet gerade. Ähm, und deswegen würde ich sagen, gehen wir in den Schweller jetzt mal ein bisschen langsamer durch. Okay. Das wird wahrscheinlich eine Einfolgenmission sein, auf dieser Insel. Okay, und Omega ist deutlich besser geworden mit dem Bogen. Das hat Sid ihr beigebracht in der ersten Staffel. Sagen wir so, aber so viel größer, glaube ich, ist sie jetzt doch nicht. Ich müsste es natürlich nebeneinander sehen. Aber so mit ein, zwei Jahren kann man gehen. Dann wären wir ja schon so 18, 19, äh, 18, 17 vor der Start von Yavin. Okay, und sie verstecken sich vor, ja, wahrscheinlich, also, natürlich, L-A-A-T ist eigentlich kaputnikanische Kanonboote, aber in dem Kontext ist es wahrscheinlich imperiale Kanonboote. Und Planeten. Ja, könnte jeder Planet sein, also, könnte viele sein. Oh, das ist die Top-Team. Die Frage ist, ist das eine Figur, die man erkennen könnte, sollte, die ich gerade aus einem welchen Gründen nicht erkenne, oder ob es eine neue Figur ist. Okay, es gibt mir so ein bisschen so neue Auftraggeberin-Vibes, so ein bisschen. Äh, okay. Und scheint auch den einen oder anderen Hippen-Spruch zu droppen. Mal gucken, wie gut das dann funktioniert. Ja, also, das geht hier immer mehr in Richtung normale Stormtrooper, da sind wir noch nicht ganz angelangt. Erinnern die mich so ein bisschen mehr an diese Helme von, an den Wader-Helme aus Rabbids, ich weiß nicht wieso. Oder sehen irgendwie, sehen die irgendwie so ein bisschen so aus, wie in den alten Concept Arts, wo die Stormtrooper noch die waren mit Lichtschwertern, so. Also von Episode 4 Concept Arts von Ralf McCurrey. Ähm, erinnern mich irgendwie so ein bisschen da dran. Aber kann auch sein, dass ich gerade eine falsche Erinnerung habe. Ich werde es dir irgendwo im Video natürlich einblenden, so, und dann werdet ihr selber sehen, ob meine Erinnerung Bullshit ist, oder ob ich da einen Punkt hatte. Mal gucken, 50-50 Chance. Und Rampart ist natürlich, das ist doch Rampart, oder? Oder ist es nicht Rampart? Auch am Start. Was zur Hölle ist das? Das ist ja offensichtlich irgendwie was Metallisches. So, sind wir jetzt hier in, scheiße, ich hab den Namen vergessen, von diesem PlayStation-Spiele-Franchise, wo diese Robotsatire sind. Und ich hab, das hat ja, gibt da zwei Teile davon. Ich glaube, Elroy oder so heißt die Hauptfigur, kleiner, oder Leeroy, irgendwie so etwas in die Richtung. Ähm, aber ich hab den Namen vergessen. Was zur Hölle? Okay. Venator-Brücke, wo wir eindringen. Auf Coruscant, Fragezeichen, weil das sieht mir jetzt nicht wieder so nach Broca aus, sondern eher, das sind ja halt irgendwie so Lichter, die in der Distanz sind, so. Deswegen. Weil Coruscant-Shots vom Badpatch hatten wir. Wir hatten ja auch im ersten Trailer Omega, die ja, glaube ich, sogar im Senat war, wenn mich jetzt gerade nicht alles täuscht. Oh, klar, sie müssen weiterhin ihre Brötchen verdienen. Weißt du? Aber das sind doch jetzt andere Helme, das sind doch jetzt wieder Klone, ne? Weil das sind andere Helme, als ich bin gerade komplett dumm. Ja, das sind auf jeden Fall andere Helme. Eben hier so eine viel dickere unterseite, sage ich mal. Okay, und Cody, der jetzt mit Crossy herumhängt. Okay, was hat Cody? Okay, und mehr und mehr Klone hinterfragen die Befehle. Dann sind sie Verräter. Wie die Jedi. Okay. Vielleicht wird ja Cody eine große Rolle und ist nicht nur so ein Einfolgenauftritt, sondern dass wir vielleicht einen Faceturn von ihm noch bekommen. Wäre ja auch cool, eine Reunion von Rex und Cody zu haben. wo Rex ihn dann auf die gute Seite wiederholt, sage ich mal. Geht, Trandoshana, die Trandoshana-Dinge machen. Warte mal kurz, wer? Ich muss kurz Unterdillern machen. Achso, you all. Okay, ich dachte, das wäre ein Name. Und wir gehen wohl nach Kaschik, nehme ich an, weil hier ist ein Wookie, der hier, ja, gefangen wurde, natürlich, von den Trandoshanern. Wie gesagt, Trandoshana machen Trandoshana-Dinge. Okay, und sie werden immer noch Okay, Omega macht sich selbst Vorwürfe hier, ihr habt alles für mich aufgegeben. Okay, so ein Storystrang wird es geben. Und ist das Kessel? Es gibt noch andere, die da sind. Wer braucht unsere Hilfe? Was sind das für Drohnen? Die sehen so ein bisschen so aus, wie L3 aus Soloistar-Story, wo wir gerade von Kessel gesprochen haben. Also die hatte doch auch irgendwie so einen ähnlichen Helm zumindest. Was ist das? Bleib weg! Ich bin gespannt, ob das so ein Einfolgending wird, dass sie auf die Padawane treffen, die, falls alle überlebt haben, so, da bin ich auch auf die Geschichte gespannt, aber freut mich. Oder ob die ein bisschen länger zusammenarbeiten. So, ich meine, da könnte man vielleicht einen Bogen zu Kanan ziehen, der ja auch als Padawan jetzt gerade da draußen unterwegs ist, dass sie mit mehreren Padawan zusammenarbeiten. Ja, und dann wäre die Kanan-Szene am Anfang von der ersten Folge nicht so lose, weil bis jetzt ist das ein komplett unnötiger Redcon von Kanan, The Last Padawan. Ich glaube, das ist ja eine Comic-Reihe. Und sein Holzlicht, was er gebaut hat. Geil. Ist das der Tunnel, wo Anakin und Obi-Wan und so in Episode 2 durchfliegen? Oder ist das irgendwie ein anderes Rennen? Das sieht mir auf jeden Fall sehr Coruscantik aus hier, aber könnte auch, es gibt ja viele Planeten, die so sind. Und das sieht mir fast so aus, als hätte man... Sind das Normal-Maps an der Stadt, das, was wirklich rausmodelliert wurde? Das sieht fast so aus, ein bisschen, weil das so flach ist, aber... naja. Wer zum Fick bist du? Okay, irgendwer hält sich an dem Ding da fest mit Händen oder will ihn von sich stoßen. Natürlich Kampfduin, die dürfen einfach nicht fehlen. Und das ist jetzt gerade wieder Cody, der Einheimischen scheinbar einreden möchte, wir sind nicht der Feind, wir wollen hier nur Ordnung bringen. So typische imperiale Propaganda. Auf Päppelchen im Senat bin ich sehr gespannt, weil so oft ist er da ja nicht mehr, haben wir ja auch in Endor gesehen, aber generell hat er sich ja sehr auf meine Öffentlichkeit aus zurückgezogen. Deswegen mal gucken, was er dazu sagen hat. Ich hoffe mal, dass weiterhin Friedhelm, oh man, das ist schwer, finde ich das ausschuldigen, Tog, bei Pt, das macht meine Zunge ein bisschen kaputt, ihn immer noch spricht. Im Trailer, beim ersten Mal hat das ja gemacht, beim ersten Trailer und ja, weil jede einzelne Szene mit Palpatine, mit seiner Stimme, die wir noch bekommen von ihm, ist absolut Gold wert. Ich hoffe es sehr. Natürlich, nur wenn er das natürlich noch machen will. Ich meine, er ist jetzt auch schon 89 oder 90 oder so um den Dreh. Legendäre Stimme. So, Bail Organa, da freue ich mich drauf. Theoretisch, wenn wir uns jetzt 18 oder 17 vor der Schlafverjahrung ungefähr aufhalten, arbeitet jetzt auch schon Ahsoka als Fulcrum für Bail Organa. Ich meine, ja, das haben wir gesehen in Tales of the Jedi Folge 6, aber die Folge ist ja Redcon die Folge, sag ich mal, deswegen ignoriere ich die so ein bisschen, die existiert für mich nicht. Im Ahsoka Buch haben wir ja die ganze wahre Geschichte, wie sie zu Bail Organa gekommen ist, gesehen und das spielt die 18 vor der Schlafverjahrung und Yavin, deswegen ist der gute Bail jetzt hier auch dabei und man könnte darüber natürlich Ahsoka einbringen. Ich bin gespannt, ob man das tun wird. Zwingend brauchen tut man es nicht, aber ich sage auch nicht unbedingt Nein dazu. Und das ist ja wohl sehr wahrscheinlich Coruscant, oder? Wobei, man könnten auch andere sein. Wer ist das, der hier rauf sprengt? Das kann ich gerade jetzt absolut nicht erkennen. Ah lol, das hat man auch hier komplett mit Bildern gelöst, die da unten sind mit Texturen, sag ich mal. Oder sind das eher Matte-Paint, das sieht mir einfach so einen typischen älteren Matte-Painting aus. Also so gezeichnet sie das quasi aus, das finde ich cool. Weil das hat man auch in Clone Wars gemacht, halt zum Beispiel in einem Shot, wo sie in irgendeiner Folge, wenn sie nach Naboo kommen, ist auch, das Schiff fliegt auf halt den typischen Naboo-Shot mit der Schlucht und dem Palast und so, den man halt kennt. Schiff fliegt darauf zu, aber der Hintergrund ist halt ein komplett gezeichnetes Bild oder gemaltes, gepinseltes Bild. Eher so sieht es aus, sag ich mal. Ich bin da nicht so fachlich begabt, was so Male-Sachen angeht. Aber, ja, hier ist quasi das alles, dieser Bereich, einfach gemalt. Und das hier, schätze ich mal, könnte dann 3D-Ebene sein, aber kann sein, dass es auch gemalt ist. Aber das sieht für mich auf jeden Fall sehr handgemalt aus. Und man kann auch dann später in der Post halt auch bei Bildern halt so 3D-Elemente einbringen, dass sie 3D-mäßig aussehen. Und das ist zu 1000% Serenno. Beziehungsweise nicht nur einfach nur Serenno, sondern Count Dookus Butze einfach. Da bin ich mal sehr gespannt, worum es da, warum es da hingeht. Es sei denn, das ist jetzt ein Ort, der so 1 zu 1 genauso aussieht. Ich google das jetzt sogar nochmal zur Sicherheit nicht, dass ich jetzt kompletten Schwachsinn erzähle. So, Serenno. Ja, ja, ja. Das ist zu einer Million Prozent Serenno. Cool. Mal gucken, worum es da dann gehen wird auf Serenno. Also ich finde, das sieht schon sehr gewürzig aus, finde ich hier, dieser rote Dampf. Das spricht dafür, dass es ein anderer Kessel ist oder zumindest eine andere Gewürzmine. Was brauchst du, Rex? Keine Chance, dass ich dich für eine Mission benutze? und das war der Trailer und das war der Trailer ist auch quasi meine ersten Eindrücke nach meiner Reaction halt. Wie gesagt, eine Analyse mache ich jetzt so eigentlich zu Trailer nicht mehr wirklich, weil das meiste Wichtigste erkennt man ja schon, wenn man den Trailer in Ruhe durchgeht quasi, sage ich mal. Es sei denn halt natürlich Genauigkeiten die man nochmal nachgucken muss. Aber ja, das war die Trailer Reaction. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, der Trailer hat euch gefallen. Mich hat er auf jeden Fall erfreut, sage ich mal. Es war jetzt nicht so, dass das so ein krasser Banger war, dass ich sage, ich kann es nicht mehr erwarten, aber das habe ich auch absolut nicht erwartet. So, ich freue mich einfach von Anfang an auf die zweite Staffel, weil ich Star Wars Animation in diesem Animationsstil einfach liebe oder Artstyle von der Animation besser gesagt und der Trailer hat absolut dazu beigetragen, dass ich mich jetzt nochmal einen Ticken mehr freue und ja,